Traurige Trennung am 10. Juli. Liebes aus beim Bauer sucht Frau Paar. Beim Wiedersehen mit Inka Bause zeigen sich die beiden Happy, und auch in den folgenden Monaten gibt das Paar regelmäßige Beziehungs-Updates. Ähnlich wie Arne und Antje, Anna und Max oder Ulf und Anna, Lina, gewähren sie auf ihrem gemeinsamen Instagram-Kanal Einblicke in ihren Alltag als Patchwork-Familie mit Fernbeziehung. Im Frühjahr 2023 veranlasst ein Posting der beiden jedoch die Fans zur Sorge. So gibt die Bauersucht-Frau-Kandidatin bekannt, dass sie und ihr Liebster nicht beim großen Osterspecial der RTL-Kuppelshow dabei sein werden. Auch müssen wir unsere Fans leider enttäuschen. Wir haben uns gegen erneute Dreharbeiten entschieden, wir werden nicht in der Osterfolge »Was ist auf den Höfen loszusehen« sein. Warum sich die beiden dazu entschieden haben, behalten sie für sich. Doch auch ein weiterer Umstand wirft Fragen auf, denn, offenbar haben sich Jörg und Patricia dazu entschieden, die Kommentarfunktion für ihre Instagram-Beiträge einzuschränken. Bereits da deutet sich an, dass sich die beiden mehr und mehr aus der Öffentlichkeit zurückziehen werden. Die Sorge wird wenige Wochen darauf bittere Gewissheit. Am 10. Juli verkündet das TV-Paar mit einem herzzerreißenden Statement seine Trennung. Wir waren frei, wir waren unendlich, wir spürten die Luft, wir spürten den Wind, wir spürten die Liebe, wir spürten, wer wir sind. Wir sind, wir waren eins, wir waren glücklich, wir waren wir. Nun sind wir zwei, jeder für sich, jeder allein. Der Schmerz in der Seele, das Herz voller Tränen. Was ist uns geblieben? Nur noch schöne Erinnerungen, denn es ist eine Entscheidung gefallen, vielleicht zu schnell, vielleicht zu unüberlegt, ich weiß es nicht. Der Schmerz ist da, doch das ist die Konsequenz, die man hat, wenn man Entscheidungen trifft. Es muss nicht immer die richtige sein, doch manchmal lässt sich etwas nicht ungeschehen machen, lässt das Bauer sucht Frau Gespann seine Fans wissen. Zudem setzen sie dem gemeinsamen Instagram-Account ein Ende. Wir werden dieses Profil demnächst schließen, heißt es. Ist Patricia neu verliebt? Weswegen sich Jörg und Patricia trennten, verraten sie nie. War ein anderer Mann im Spiel? Kurz nach der Trennung berichtet die Blondine darüber, regelmäßig Nachrichten von interessierten Männern zu bekommen. Doch Patricia stellt klar. An die Herrenwelt, da die Nachrichten überhand genommen haben. Ich, Patricia, suche keinen neuen Partner. Also bitte hört auf, euch mir anzubieten. Seitdem hat man nichts mehr von den beiden gehört. Auf Social Media sind sie nicht auffindbar. Ob es mittlerweile neue Menschen in ihrem Leben gibt, ist dementsprechend nicht bekannt.